Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Morrowind! Das Dorf Eskal wird angegriffen und wir müssen den Leuten helfen. Wir eilen nach draußen. Mit unseren Fäusten bewaffnet. Wir nehmen doch lieber die Axt. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Boah, die halten viel aus. Boah, Kacke. Boah. Boah, übel. Wie soll ich das schaffen? Die bringen mich total schnell um. Das ist total übertrieben. Das ist richtig übertrieben. Das ist richtig übertrieben, ey. Ach du Kacke. Wie soll das denn gehen, bitte? So, warte mal. Jetzt habe ich die Rüstung noch an, ne? Die kloppen die innerhalb von einer Sekunde kaputt. Habe ich den Schwierigkeitsgrad aus Versehen eben hochge... Nicht, dass wir den gleich runterstellen müssen, ey. Voll heftig. Geht, Hälfte so voll, geht. Ich versuche mal was anderes. Ich weiß zwar nicht so ganz was, aber... Vielleicht sind sie ja gegen Stahlriemen irgendwie anfälliger. Ich glaube es zwar nicht, aber... Boah, ey. Das kannst du voll knicken. Wir müssen den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Die sind viel zu heftig. Die sind viel zu heftig. Die packt man ja überhaupt nicht. Ich frage mich, warum... Also da... Das hat auch mit den, ähm... Mit den Dingens zu tun. Mit den Mods eben. Aber... Dass die die so ver... Verhunzt haben... So, okay. Ich glaube, jetzt sind sie nur mal zu einfach. Huch. Aber echt übel. Warte mal, ich stelle das mal so ein Prozent runter. Vielleicht ist es ja dann schon... Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja so verbuggt einfach... Warte mal, minus 100. Wir hatten... Also vorher, glaube ich... Ich mach mal so minus 5, ne? Wir versuchen es einfach mal. Aber das ist ja echt... Unglaub... Unglaublich. Okay, jetzt ist immer noch zu wenig. Das packt man so nicht. Die bringen... Die bringen einen so schnell um. Das ist unmöglich. Echt übel. Ich hab mir's aber schon fast gedacht, dass die, ähm... Irgendwie... Verhunzt sind. Fragt mich nicht, warum. Aber dass die so... ...so dermaßen verkackt sind. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Äh, dass man die echt gar nicht töten kann. Ich will jetzt auch hier keinen von denen wieder aus Versehen angreifen. Übel. Übel. Also, wenn man so als Wehrwolf ist, dann will ich natürlich auch ein Wehrwolf sein. Schnell! In die große Halle! Einige der Viecher sind hin und her! Oh, warte, warte, was? Schnell dorthin! Schnell dorthin! Die Wörfwörfe sind besiegt, aber sie sind trotzdem in der großen Halle. Ich... Verstehe nicht. Warte mal, ich trink den mal kurz. Oh. Hat viel gebracht. Äh, ich trink den mal kurz. Sie sind in der großen Halle. Ui! Vom... Schaden her... Sind die immer noch genauso heftig wie vorher? Oh nein, Herzfang ist nirgends zu finden und hier ist eine Rüstung. Und unsere ist natürlich gleich wieder im Eimer. Innerhalb von zwei Schlägen. Rechts. Äh... So. Mitte... Der Panzerhandschuh ist schwer. Naja, 100... Links. 174. 191. So. Das Ding hat auch 100. Und warte mal, die haben... 300. Das erklärt natürlich, warum die so schnell im Eimer sind. 191. 200 Peng. Da ist uns das natürlich besser. Naja. Jetzt haben wir hier so einen... Schicken anderen Arm noch. Robo-Arm. Einfach nur echt... Unglaublich übel. Was hier los ist. Okay, Herzfang ist nirgendwo zu finden. Vielleicht hat er sich ja hier oben verkrochen irgendwo. Natürlich nicht. Echt übel. Na gut. Aber dafür ist Horst da. Hallo Horst. Ich weiß, dass ihr von diesen Wehrwölfen infiziert wurdet. Nein. Nein. Ich bin gerade erst eingetroffen und habe dieses Grauen gesehen. Nur gut, dass ihr hier wart, um dieses Volk zu beschützen. Dank der Skal habt ihr Erfolg gehabt. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten, Nanius. Wie ihr sicher wisst, sind diese Kreaturen Wehrwölfe. Das ist kein gutes Zeichen für unser Dorf. Und ich habe weitere beunruhigende Neuigkeiten. Ich habe meine Magie eingesetzt, um festzustellen, ob diese Bestien sich bereits verbreitet haben. Ihr, Nanius, habt euch angesteckt. Die Infektion scheint ziemlich harmlos. Vielleicht ein wenig Schwäche. Manchmal merkt man so gut wie nichts. Nach drei Tagen wird das Opfer selbst zum Wehrwolf. Ein Schicksal, das ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche. Während dieser drei Tage kann jedoch ein einfacher Heizauber die Infektion stoppen. Ich bitte euch, dies zu tun. Bis dahin kann ich, fürchte ich, euch nicht erlauben, bei uns zu bleiben und womöglich andere anzustecken. Ich hoffe jedoch, dass ihr zurückkommt, wenn ihr geheilt seid. Krass. Krasser Schiss. Ähm, genau. Sanis Lupinus. Das können wir jetzt heilen. Werden wir auch. Wollen wir vielleicht einmal kurz, wollen wir mal zeigen, wie es ist als Wehrwolf so? Ja. Feinde, Nani, sind doch keine Feinde. Oh nein. Hoski Talkant ist tot. Oh no. Warum kann ich hier nicht rasten? Haben wir eigentlich noch einen Hightrank gegen Krankheit? Natürlich nicht, ne? Ist natürlich schlecht. Ist natürlich echt schlecht. So. Okay, ich darf mit keinem mehr sprechen. Das ist natürlich jetzt echt uncool. Genauso uncool wie... Dass ich hier nicht mehr rasten darf. Hä? Seit wann liegt hier einfach so ein Hammer rum? Was ist... Was ist hier los? Dinge, die ich... Die die Welt nicht versteht. So, wir reparieren erstmal alles. So. Und dann würde ich sagen, kehren wir doch mal zur Eisfalterfestung zurück. Um uns irgendwie... Heilen zu lassen. Wir können es natürlich vorher erstmal ausprobieren. Hier kann ich natürlich jetzt nur warten. Ach, das ist blöd. Ich kippe mal so einen gerade rein. Wollen wir es mal ausprobieren mit dem Wehrwolf? An sich ja eine coole Sache. Also eine schicke Sache. Wir probieren es mal aus. Ich mache mal einen Quick Save. Hoffe, dass ich den dann noch laden kann. Und dann warten wir einfach mal 24 Stunden. Fehlen mir 72. Nochmal. Und das letzte Mal. Wahrscheinlich noch nicht mal vier... Das Untier in euch hungert nach Fleisch. Ihr werdet bald jagen müssen. Krass. 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 Cool. Wie geil ist das? Hallo? Also. Au. Gut, wir haben jetzt natürlich den Schwierigkeitsgrad unten. Erinnert mich... Von der Machart her so ein bisschen an... Ich weiß nicht. Flüchtet er? Er flüchtet? Ah, das Fleisch und Blut eurer Beute hat euch für eine weitere Nacht gesch... Ich winke. So. Ja, cool. Kann man... Hallo? Äh, gibt's eine Ohrfeige? Ach, witzig. Ja, lustig. Also auf jeden Fall, ähm... So ist es als Wehrwolf. Brauche ich jetzt nicht jede Nacht. Deshalb Quicksave, äh, Quicksave. Load. Diesen, jawohl. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Laden. Ansonsten flippe ich hier aus. Dann sind wir nämlich für immer Wehrwolf. Ach, Gott sei Dank. Nein! Toll. Morobin funktioniert nicht mehr. Ähm, die Freude ist riesengroß. Wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe nicht als Wehrwolf. Bis gleich. Puh, Glück gehabt. Alles funktioniert. Boah, jetzt, äh, hatte ich eben schon kurze Zeit etwas Panik um das, äh, um das Safe Game. Aber, äh, es hat zum Glück alles funktioniert. Puh. Puh. Wir müssen nicht alles nochmal von vorne machen und müssen auch nicht für immer mit der Wehrwolf-Krankheit leben. Ähm, so. Ach so, den Schwierigkeitsgrad mache ich gleich wieder auf normal. Erstmal kurz da oben hin. Dann gehen wir Richtung, ich würde sagen, Rabenfels. Da können wir dann nochmal Sachen verkaufen. Wenn ich ja hier sehen würde, wo ich überhaupt hinlatsche. Ich glaube hier... Na gut, Rabenfels ist natürlich noch ein ganz schönes Stück entfernt. Seid ihr wegen Stahlrimmrüstung hier? Nein. So, okay. Das muss ich dann höchstwahrscheinlich jedes Mal, wenn, ähm, ein Wehrwolf auftaucht, ändern. Weil, ja, so kann man die unmöglich besiegen. Also, äh, es sei denn, man ist jetzt Level 5000 wahrscheinlich. Aber ich glaube, selbst dann sind die noch unbesiegbar. Weil da irgendetwas nicht richtig gebalanced ist. Oder die sollen so stark sein. Das kann natürlich auch sein. Allerdings kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Oder wir brauchen einfach eine Silberwaffe. Vielleicht machen die ja einfach mehr Schaden. Aber das bringt uns ja auch nichts. Wir sterben ja so schnell. Die knüppeln ja zweimal auf uns eine, sind wir tot. Tot. Mäuse, tot. So, da unten ist noch ein Nackter. Den lassen wir mal. Aber die kommen wahrscheinlich eh gleich hier angekackt. Jawohl. Ich will doch nur nach Rabenfels. Und im Handelshaus kann man bestimmt auch, ähm, zwei ja auch noch, kann man bestimmt auch einen Zaubertrank gegen Krankheit kaufen. Ja, komm schon. Stirb. 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 Wahrscheinlich ist gleich hier die Rüstung wieder im Eimer. Pfff, 45 natürlich. Das geht so schnell. Das ist unglaublich. Bei dieser Nordrüstung. Aber gut, bei den Gegnern hier, die auch ständig neu spawnen. Das ist schon merkwürdig. Und da ich ja auch nicht weiß, wo ich hier hinlaufe. Ach Gott. Da lang. Au. Mike Tyson für Arme. Pam. 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 Hey. Ich glaubst doch selber nicht mit deinem komischen Dreutknüppel, den du da hast. So, jetzt kann ich hier auch schon gleich wieder dann reparieren. Das ist echt verrückt. Naja. Was macht die Stufe? Okay. Okay. Jetzt müssten wir aber richtig sein. Und richtig laufen. Und dann heilen wir uns am besten irgendwie sofort. Jetzt hat man mal gesehen, wie das ist. An sich schon ziemlich cool. Aber ein Fluch und ein Segen zugleich. Will ich mal behaupten. So. Ich kann wieder die Richtung nicht sehen. Ein Kompass wäre cool. Einfach so ein Kompass, dann könnte ich mich besser orientieren. Und wie viele Tiere hier einfach rumstreuen, ey. Das ist... Unglaublich, die mich auch nicht angreifen. Ich wollte grad sagen. Greifen mich jetzt die Wildtiere nicht an, wegen der... Krankheit, die ich habe. So, da unten waren die schlechter. Und hier... müssten wir dann gleich in Rabenfels sein. Pling! Rabenfels, da hinten. So, und dann können wir uns noch mal ins Handelshaus backen. Backe, backe, guren. Der Bagger hat gerufen. So. Hier können wir wieder nur warten. Dann machen wir mal ein Quicksafe. Ich gucke wieder auf den Boden. Ich glaube, das ist... Ja. Das ist ganz gut, damit hier... nicht alles schief geht. TCM. TCL. Ich weiß schon die Kommandos gar nicht mehr hier. So. Guten Tag. Ich komme hier einfach mal so in deinen Laden geflogen. Okay. Hat der mehr Sachen, oder haben wir ihm einfach nur so viel verkauft? Ich glaube, wir haben ihm einfach nur so viel verkauft. So. 50.000 die Axt. Ach, du Scheiße. Ähm... Erstmal das Ding. Das. Das. Und was ist noch schwer? Ja, eigentlich... Eigentlich ja die Axt, ne? Aber die würde ich gerne extra verkaufen, denn die ist so viel wert. Ah, weißt du was? So, und dann gucken wir mal hier gerade. Heiteran gegen Pest. Heiteran gegen Krankheit. Dann haben wir noch was anderes. Nein, dann mal... Billiger Leben. Wir können ja noch mal... ...gucken, ob er hier irgendwas... ...zum heilen hat, aber das sieht nicht so aus, ne? Nee. Der hat noch nicht mal was zum Heilen. Naja. Egal. Haben wir wieder ein bisschen Geld. Bisschen Gewicht. Und dann, ähm... ...kippen wir uns hier mal so einen Heitrank rein. Hui! Und das müsste es ja jetzt gewesen sein, ne? Genau, bis ich geheilt bin. Ich bin ja jetzt geheilt. Ach, ich will rasten. Okay. Und dann müssen wir einmal zurück... ...zu unseren Skull-Kollegen. Ich kann rasten. Sehr schön. Tag ist Licht. Tag ist Licht. Ich frage mich immer noch, was diese kleine Karte da unten bringen soll. Wenn ich jetzt... Warte mal, wenn ich jetzt... Ne, ich mach's lieber nicht. Ich wollte jetzt gerade Bild auf- und abdrücken, aber ich lass es. Nicht, dass hier irgendwas explodiert und mich das Spiel hasst. Ich lass es einfach. So wie es ist. Das Spiel hasst mich manchmal schon genug hier. Und jagt mir... ...mehr Schrecken ein als... ...als Pineview Drive. ...oder irgendein anderes Horrorspiel. So. Einmal an den Bären vorbei. Die gar nicht mehr so angriffslustig sind. Aber die Sau da bestimmt. Die greift uns an. Ah, klar. Aber klar greift die uns an. Aber sie backt fest. Verpackt und zugenäht. Wir können entkommen. So. Ich... Diese Orientierung manchmal hier. Ich hab ja eh schon eine wie ne Bockwurst. Und dann auch noch... ...mit dieser Karte... ...über die ich in jeder Folge motzen muss. Das ist echt nicht so einfach. Über die motze ich sehr gerne. Man merkt es vielleicht. Man... Ne. Man merkt es kaum. Ich motze sehr selten über diese Karte. Ich motze es nur sehr, sehr selten über die Karte. Und was ist mit der Performance los? Warum ist die auf einmal so gut? Dinge, die ich... ...nicht... Ach, kommt schon der nächste. Bist du total irre? Ich lauf einfach. Aber das wird wahrscheinlich... ...das Viech sein, was wir... ...versucht hatten zu ignorieren. Was ja irgendwie nicht so doll geklappt hat, ne? Da unten sind auch noch schlechter. Die versuchen wir auch mal zu ignorieren. Ich will einfach nur in Ruhe ins Skaldorf kommen. Lalalalalala. Hui. Ja. Jetzt sind wir entkommen. Nur noch das Biest hier oben. Pam. 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 Lass mich durch. Ich bin geheilt. Freunde. Ich bin geheilt. Endlich. Juhu. Ich bin nicht wegen Starim hier. Endlich geheilt nach einem Tag schrecklicher Krankheit. Kommen wir hier hoch? Natürlich nicht. Aber hier. Juppie. Juhu. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und... ... 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 Und ja, gut. Bis dann. Ciao.